Hallo Leute, willkommen zu unserer Folge von CSGO. Heute spielen wir einfach mal den guten alten Deathmatch hier. Modus... Ich komme mit Frieden. Meine Kaufzeit ist aufgelaufen. Normalerweise würde ich ja hier die Dings aktivieren, die Webcam. Aber wie ihr wisst, dass die letzten Folge so zum Beispiel CSGO und Tremmer ja auch schon am Leggen sind. Dann habe ich ja schon mal dieses Mal deaktiviert. Das ist ein wenig schade, aber ja. Was muss ich jetzt machen? Okay. Ich bin tot. Und tja. Hallo. Hallo. Äh doch, von was hab ich gerade geredet? Ich hab ihn vergessen. Ich hab ihn wirklich vergessen. Nichts nicht aner. Hallo. E-beams. So. Okay hop�로 College. Was kam geh. Oh, keine Ahnung? Hier ist es egal. Also ein wenig... Ah, was ich hier? Ach, ich bin kein Problem. Ich bin, ich bin ein wenig schade. Ich bin, kein Problem. Wie ist das ein Blitz? Was ist mein Spiel weggekrasch. natürlich hat er sich bewegt natürlich hat er sich bewegt wieder hallo wie sind sie ja scheiße da habe ich direkt davor hätte schon kursiert ok das ist das hingegen schon danke ich habe ein bildung wieder mal Junge ah ich bin tot ich habe wenigstens einen bekommen okay habt den und jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot ja ich habe wenigstens vier oder drei stück bekommen ich glaube es sind drei ne na ich bin tot hätte ich dir einfach nur gehadet vielleicht oh das war neus also habe ich dir gerade gehadet warum ist nicht gestorben alles klar er hat es ja gesehen er war für blut und er ist trotzdem nicht das heißt ich habe ihn ja eigentlich getroffen hallo doch kommen der war so ruhig hat es einfach sehen kommen jetzt kommen gesehen müssen und ich hätte gerade gar nichts das ist mir ich muss nachladen jetzt kommt einer von rechts zu dürfen ich traue dem nicht Kommt zeig ich noch einmal ich habe einer ich will auch einer ach mal das war meiner AHHHHH jetzt kommen wir einfach zwei von links was soll denn das Junge geh doch einfach nach vorne da geht es einfach so nennst nicht raschen mach es einfach meine hey wie geht es ach man und tschüss ah die Sniper liegt mir inzwischen ok ich dachte nicht ich werde hinten aber ok hey wie geht es ach schade ich dachte ich werde hinten ach sie so tot oder so ich habe links schätze gehört ok ah Junge dann kümmere ich doch um den und bitte hinten da ooooooo tot eh bin jetzt auch Johannes und da bin ich doch oh fuck ey ich bin es schon wieder ey Johannes wie gehts ach komm wenn ich vom gleich sind vorne ey aufs weg ja komm warum hast du sich nicht um ihn gekümmert aaaaaaah ich dachte halt jetzt weil da ein teammate ist der überlebt hat dass er vielleicht kein Gegner ist aber natürlich ist dein Gegner und warum stirbst du nicht wieviel lebst habe ich den abgegeben moinsen kleiner pisser ach das hat mich das hat mich gar nicht so wunderbar eigentlich boah kein einziges mal getroffen halleluja bin ich scheiße er schlieb noch aaaaaaah ja komm wenn ich dafür so gar nix mit der scheiße hier jetzt habe ich ihn halleluja aaaaaaah ja ok ok was gewinn maschinen gewerde fucking desert ich glaube man maschinen wäre ok ja auch da sein aber dafür muss man gut sein und bin ich ja gut bitte desert definitiv nicht warum ich hab ich hab keine starke mehr ja alles klar als willst du machen immer für die snaga weg genommen ok ja ich weiß jetzt jetzt nehme ich mir die woche komm rein ich verpasste keins ендor ja die zweifelig gleichzeitig gehen die schutz überleben wenig geringer warum ist nicht ein bisschen schulett um spanier nach rechts habe ich immer noch gesehen okay nicht die scheiße und da video marsch die schuld dahin ist tot kapie alter einfach kein einziges mal geht richtig scheiße das habe ich verdient das habe ich habe so etwas verdient mit dem scheiß ich trau da hinten wenn ich weiß wusste ich doch da seine umgebracht worden weiß ich schon wo von david sagen position zu halten ist schwer habe ich die beiden ich habe den zwei verhältnismen gegeben hier obwohl ich genau das glaubte okay ich bin trotzdem zu viel das war eine nice äh das war nicht zwei nice to kill es einfach mal ich habe eine genauschkoppelung trotzdem die Idee noch ziemlich genauer eigentlich was du nauschkoppelung hier finde ich was hier los oh er passt dahinten aber ok ich will nur safe gehen ok wenn ich gar nicht schickst geht einfach mal wie geht es mit der arme scheiß jacob es dann geht das was soll das denn wieder ist ja übelst unfair was soll denn das und da kommt direkt der nächste anlegt mir doch kreuzweise ich kann nicht hier hinten auf so gar nicht ich glaube der ist tot ich bin kurz dreimal als wenn ich selbst was ich bin schon seit längerem platz ist halt nicht schon auf dem siegertreppchen gelandet ne schon seit längerer zeit mal aber ja so also ich finde ich ja aus hier noch nur zwei lösende machen und während dessen werden pressen werden pressen genau und das neue das jude alle wasser das nicht in aufnahme fehlen wieder halt die fresse so jetzt ich bin mir ja die antiterrösen einheit ich werde was kaufen hallo please ich habe ja die hinterkommende verdammte tosten so hier gewährle ich mich auch mal und ich habe eine episode desat ach komm du hast kommen gesehen einfach jetzt kommen sehen einfach nein ich komme juli das hängt doch endlich bist du denn scheiße so eine enttäuschung aber auch ich hasse es was willst du dahinten ich kann nicht okay ich nehme es zurück was zum geil wie habe ich das geht jetzt jetzt nicht mehr dass er noch ein leben jetzt nicht mehr und ich auch nicht okay nach den zwei jahre habe ich auch nur verdient noch ich glaube ich strecke rechts wasch da los wasch da los ich bin so scheiße mit der pistole ist nicht mehr wahr ich sehe es in ausgab ach du scheiße wie geht's was habe ich gerade nicht so was überlebt alles klar hat sich verkleinert jetzt einfach mal da fucker wird er uns überlebt na egal die stein scheiß er hat sie so spontan hinter mir zur preis b ich glaube ich nie auf den cisco video leben unterisierung kommt aber wie soll ich das auch wenn man hier scheiß blüß aussieht ach komm legt mich doch ja natürlich geht er auf mich alles gleich hast du mein leben ach nee das ist doch nur unfair was soll ich da gehen machen ich gleich in den cisco modus oder ich glaube ich kurz gleich die wand dahinten an das wäre stress einer hinter mir wie scheint du bist du kannst schaben muss auch was nach stress keiner kommt ich habe es gerade noch gesehen ich hätte verspringen wollen aber nein man kann man spielen nicht das klingt nicht gut du die lindigen von dac ich höre schlicks schritte keine scheiße ja wie scheiße kann man was ist ja ich bin dritter weltkrieg denn halt dein maul also dahinten halt am hauen ich bin der gustav nicht ich entschuldige mich gerade einfach sei wieder dieser tagen ja kommen dadurch ich habe es die gläubigen schritt ich gebe dir das man schlicht gibt es sich um oder sie ich habe den so hälfte glaube ich cool bringt wirklich okay genau war das war das mit mir ich bin etwas gar zwar nicht gut ja AHHHHHHHHH Wo ist der typ JA Sonic historisch mit Und da bin ich schon wieder tod Von dem gleichen Typen, weil er versöhnt sich der Spawner-Glück hat einfach Am Arsch! Ey, bin ich tot? Leck mich doch! Was willst du? Ja, der Typ ist tot! Oh, ich auch! Der Spawner verschaut wieder bei mir! Was ist das zum Glück der der Typ? Was willst du da hin? Ich will mich an deinen Kumpanern kümmern Halt deine Fresse da hin Und du auch! Fuck! Tod! Hoffentlich nicht umgebracht habe Ist da jemand? Ja, so nah hier aus Ich schwere, wenn der eine Typ wieder Ich stirre, und ich meine Hände stirren, sondern wieder bei mir Ich kutz die Wandern Mit Videobeweis Wait, what? Was willst du? Willst du eigentlich stressen? Ich werde verrückt Ich werde verrückt Leute, schau euch doch mal auf, als ich will mich verrückt machen, ey Verrückt machen wird Ich meine, ich weiß es schon Herrgott, nach eins da hinten Herrgott, nach eins da hinten Zum Glück bin ich gerade allein zu Hause, oder? Wie zum Geier Was? 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 Es ist mir kurz nachher von hinten Ach, leck mir doch! Ich fuhl mich da auf dem Auto, aber dabei glaube ich kann er mir sogar noch HAAAX HAAAX Ich blech verrückt Näh, die Seas, motherfucker Ich hab den irgendwie getroffen, neul wunder und geht so nach nach und inzwischen irgendwann eine bekommen ich lebe noch ich lebe es halt zurück dann ist noch mal nicht so ist es immer schlägt noch am arsch ach legt mir doch noch ein müde hoch und mich hier fertig stehe ab danke was ist das scheiß problem ja kann aus danke meine lüde ich wollte von hinten kommen aber auch das ist immer von hinten auch meistens kommt warte ich stehe an jahre job erledigt mal auf fahrrad welchen wir es wäre auch hinter eh jemand hinter dem auto mit sich jetzt verpasst tot ich habe natürlich nicht konstant obacht hat und immer die sparen glückte hatte ist sie glaube ich nicht mehr in der runde und ich habe ja ich kann ja nicht beschweren damit also ich kann man sich ich zitiere immer noch warte willst du eigentlich ich auch sterbe okay das sterbe alles klar ich hoffe es jetzt schon wäre gut schockt am arsch bruder hallo im sarah ist bruder ich jetzt schon wieder sterbe ich kotze die wandern ich wollte er umbringen egal ich bin bloß zeugen worden ist etwas aber er hat sich über das formal 6 oder punkte er aber auch für die spiel und 23 tode oder ein sechster sie ist alles klar welchen level abbekommen bitte nein aber doch 3 8 englisch für die jungen so okay das war es das war ja sehr sehr feld José kumpet gestürt den ist die niederwochen auf das IT nach den heute das dem seize nicht denn guck sind Bis zum nächsten Mal.